Hallo Freunde, wir gucken uns heute eine Variante in der Benoni-Verteidigung an, in der Weiß mit H3, Sprenger F3 und Läufer D3 sich aufgebaut hat. Eine relativ populäre Variante für Weiß. Und nach dem Tausch hier gibt es einen Bauernopfer, nämlich C5, C4 für Schwarz, der mir ganz, ganz lange Probleme bereitet hat. Und ja, vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Denn die Idee ist, dass dieser Bauer den Läufer ablenkt, denn der E4 soll ja gedeckt bleiben. Und jetzt hat man ja, wenn man theoretisch nicht ganz so fit ist und bewandert ist, oftmals den Reflexzugläufer C2, um den E4 zu decken. Weil man denkt, der E4 ist mehr wert, weil es ein zentraler Bauer ist, als der E4. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen mit der Variante beschäftigt und eine Partie von Ex-Weltmeister Alexander Kalifmann gefunden dazu. Und die Variante und so weiter habe ich zumindest deutlich besser verstanden als vorher. Und ich hoffe, euch wird es genauso gehen. Deswegen legen wir jetzt direkt los. Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir schauen mal, die Partie zwischen Alexander Kalifmann und Maslack, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe, begann Moskau 2007, begann mit der königsindischen Verteidigung, ging aber gleich nach C5, D5 mit E6 in diese Benoni-Strukturen wieder über. Jetzt ein ganz kleiner Ausblick. Diese Stellung können wir auch über die moderne Verteidigung erreichen, wenn hier sofort C5 kommt und nach D5, E6, Tausch, Tausch, E4, Sprenger F3, H3 und Laufer D3. Dann haben wir die gleiche Stellung. Witzigerweise wird über diese Reihenfolge in der Benoni-Verteidigung, wird hier bei Lichess zum Beispiel die Eröffnung A70, Benoni-Verteidigung angegeben. Und erst wenn man den Zug C5, C4 kommt, dann switcht die ganze Eröffnungsbezeichnung wieder auf königsindisch über. Aber deswegen, ja, weiß ich auch nicht genau, was richtig ist, ja. Aber, okay. C4. Und jetzt haben wir den Salat. Das ist nämlich genau unsere Stellung, die wir uns im Intro gesehen haben. Wollen wir den E4 abgeben? Wenn man es nicht weiß, dann eher nicht. Aber Kalifmann sagt, wir nehmen diesen Bauern. Und das ist schon mal gespeichert als gegeben. Und Schwarz nimmt natürlich diesen Zentralbauern. Schlägt, schlägt. So, greift sogar den Läufer an. Und jetzt habe ich mir lange gedacht, uiuiui, der Zentralbauer weckt. Schwarz hat ein Tempo auf den C4. Er hat sogar eine Leichtfigur getauscht und damit sich so ein bisschen entlastet. Aber, nachdem ich den Zug von Kalifmann, nämlich den Zugläufer G5 gesehen habe, ich denke, uiuiui, der ist aber interessant. Denn Weiß entwickelt eine Figur, was ja jetzt auf den ersten Blick normal erscheint. Und greift die Dame an und baut darauf, oder Weiß baut im Allgemeinen darauf, dass er diesen Entwicklungsvorsprung, denn immerhin, die schwarzen Figuren sind natürlich noch nicht entwickelt. Während Weiß jetzt im Grunde alle Figuren im Spiel hat, vielleicht auch mit Turm A1 schnell mal die E-Linie setzen, erobern, wie auch immer möchte. Und ja, Tempo auf die Dame. So, schwarz sollte ziehen und Läufer F6 ist einer der Hauptzüge hier. Und der kam hier auch. Jetzt müssen wir uns natürlich mal eben so zwei, drei Varianten angucken. Zum einen, die Dame könnte auch einfach ganz normal wegziehen nach A5. Und hier habe ich tatsächlich viele Partien gesehen, wo Weiß jetzt hier mit Dame C2 den Läufer gedeckt hat. Natürlich unter Tempogewinn des Turmangriffs, ja. Aber, und das ist immer der Schöne, dass man so einen Misch aus Partien nachspielen und nebenbei die Engine laufen lässt, kriegt man vielleicht wieder bessere Züge. Und dann kann man wieder gucken. Und zwar, hier könnte Weiß Turm A1 spielen und direkt auf die E-Linie gehen. Denn schwarz wird hier wahrscheinlich gar keine Zeit haben, diesen Läufer zu schlagen. Wegen Turm A8. Und jetzt sehen wir natürlich, dass natürlich nichts entwickelt, ja. Der Turm hindert mindestens mal die schwarzen Figuren an der Entwicklung, weil der Turm sonst irgendwann hängt. Und nach Läufer F8 haben wir auch noch dieses berühmt-berüchtigte Läufer H6, dieses Mattbild, was hier quasi, ja, lauert. Und das muss schwarz mit Springer D7 abwehren, damit der Läufer gedeckt bleibt. Jetzt folgt aber Dame E2. Nicht nur mit Tempo auf den Turm, sondern nebenbei droht auch noch, wenn der Turm jetzt zum Beispiel wegzöge, Dame E7. Und was den F7 nochmal angreift, ne. Und dann ist das Matt einfach nicht mehr abzuwehren. So als ganz kleine Variante. Ähm. Wenn jetzt, wie gesagt, Läufer F6 kam in der Partie. Was ist mit F7, F6? Greift er immerhin zwei Figuren gleichzeitig an. Und gut. Deswegen müssen wir die eine retten. Wieder mit Gegenangriff auf den Turm. Und wir sehen vor allem, der Turm zieht weg. Und der Läufer zieht jetzt auch weg. Und dieser Zug F7, F6, der schadet dem schwarzen Meer. Zum einen ist dieser Läufer hier jetzt eingesperrt. Jetzt könnte man sagen, ja, den kriegen wir mit F6, F5 wieder befreit. Das ist richtig. Aber dann würde eben entspricht, dann würde eben... Ich komme jetzt mal auf die Space-Taste. Dann würde nämlich eben entsprechend, nach F6, F5, dieser Läufer hier eingesperrt werden. Und das ist nicht gut für den Läufer. Das kennen wir ja auch mit Läufer einsperren und so. Und ja, deswegen. Abgesehen davon, dass diese Diagonale aufgeht. Die hat die siebte Reihe verlängert. Sachen, die wir in Zukunft dann nicht mehr reparieren können als schwarzer. Und deswegen ist die Stilstellung hier auch definitiv vorteilhaft für weiß. Und deswegen gehen wir zurück in unsere Partie. Ach ne, eine Variante habe ich natürlich noch. Entschuldigung. Dame F8 könnte sich vielleicht als Hauptzug erweisen, dass wirklich die Dame weggeht. Und hier dieser Flügel verteidigt bleibt. Das Feld E8 verteidigt bleibt. Und jetzt muss entsprechend dieser Läufer hier auch gedeckt werden. Dame C2 zum Beispiel. Und genau, dann könnte hier so Turm E1 kommen. Dann geht es halt ganz normal weiter. Weiß hat ein bisschen, bisschen Initiative, ein bisschen Druck. Läufer E7-Geschichten, ja und so weiter. Also das ist schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Und weiß steht hier auf jeden Fall schon mal besser. Und deswegen ist vielleicht, vielleicht Läufer F6, der Zug, der in der Partie kam, auch einer der Gründe, warum es die Hauptvariante ist. Und trotzdem kommt Weiß hier auch, auch in Vorteil. Jeder, der natürlich ein bisschen die Theorie Variante kennt und so, ja, kann natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, was hier mit Schwarz noch besser ist. Und vielleicht eine Feinheit raushauen. Würde mich freuen, denn ja, ich profitiere natürlich auch, wenn ich, wenn ich was Besseres weiß und bessere Varianten kenne. So, jetzt hängt der Läufer auf C4 und der Läufer auf G5. Deswegen muss Weiß eine Figur retten. Das geht mit Läufer D3. Der Turm geht zurück. Und jetzt kommt eben der Schlüsselmoment aus weißer Sicht. Die Türme sind noch nicht verbunden. Ja, der Läufer auf G5 hängt und, naja, zu viel tauschen wollen wir ja auch vielleicht nicht. Aber der Zug, Dame A4, der ist stark. Denn der deckt, weil er den E8 hier angreift, indirekt quasi den G5, der jetzt nicht geschlagen werden kann. Okay, und jetzt hat Weiß diesen Vorteil, naja, den Vorteil ist, dass diese schwarzen Figuren auch nicht so richtig zur Entwicklung kommen. Der Läufer hat hier gar keine Felder, wo er hin kann. Und deswegen kommt Springer D7 häufig. Wir gucken uns mal eben eine Variante an. Wenn der Läufer zwischen Zöge, mal abgesehen davon, dass dieser Springer natürlich jetzt nicht rauskommt, dann käme auch Dame H4 mit Gegenangriff gegen den F6. Und wenn der hier tauscht, kommt eben der Springer. Und wir haben sofort diesen Angriff hier auf H7. Und den kann man nur noch abwärmen mit H5. Und das ist natürlich eine massive Schwächung der Königstellung hier. Und wir können jetzt den F7 und den D6 schon gleichzeitig angreifen. Vielleicht gleich noch den Turm hier hinstellen. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Stellung für Weiß. Und deswegen kam Springer nach D7. Okay, aber jetzt die Hauptpointe von diesem Dame A4 ist, wir wollen die Dame zum Angriff hinführen und nicht am Damenflügel spielen. Und deswegen der Schwenk hier, dieses tolle Manöver, Dame A4, Dame H4. Das gibt es auch in anderen Läuferungen. Deswegen kommt einem das vielleicht bekannt vor. Manchmal geht die Dame auch über D4 nach H4. Und so, jetzt haben wir die Stellung. Wir greifen den, oder wir haben den G5 gedeckt. Wir drohen hier vielleicht mit dem Springer. Wir haben alle Figuren Richtung Schwarzen König gestellt. Und ja, Schwarz hat mit der Entwicklung natürlich noch diverse Probleme, weil die Figuren auch ein bisschen im Weg stehen. Und diese Probleme zu lösen, ist nicht so ganz einfach, wie sich herausstellt. Schwarz versucht mit Läufer schlecht G5 hier in der Partie. Wir schauen uns mal ein, zwei Varianten an. Nur als Beispiel, wenn Schwarz A7, A6 spielt und sagt, komm, ich spiele B5, das ist ja auch so Benoni-mäßig, ja, den Läufer hier raus, den D5 gewinnen. Das ist ein bisschen langsam. Denn Weiß holt natürlich die nächste Figur ran. Jetzt droht hier schon die Ablenkung der Dame, quasi, vom Läufer F6. Also wird hier zwischengetauscht. Jetzt haben wir die E-Linie dafür. Und nach B5 kommt der Turm schon hier rüber. Droht hier auf F-Linie, den hier mit anzugreifen. Und zum Beispiel nach Läufer B7, Turm F4. Der Angriff, der wird immer stärker, immer größer. Und wir folgen jetzt mal einer Partie von Pia Kramling zum Beispiel. Die hat jetzt hier an der Stelle tatsächlich nur Dame H6 gefunden. Und nach König G8, Dame H4 die Zugwiederholung akzeptiert. Aber, und dafür sind die Computer, also die Partie ist natürlich schon älter, keine Frage. Und dafür sind natürlich auch die Computer der modernen Zeit gut. Dass man sagt, hier geht Springer D4 sehr, sehr gut. Und es droht einfach Springer F5. Und jetzt haben wir ein Problem. Sagen wir, der schlägt den hier, was ja auch auf den ersten Blick toll aussieht. Mit Doppelangriff und der Figur weg. Aber eben Turmschlecht F7 reißt alles auf beim schwarzen König. Die Dame kommt oben rein. Der muss geschlagen werden. Und nichtsdestotrotz, dann haben wir noch das Feld E6. Der Laufer kommt noch dabei. Und der König findet kein sicheres Plätzchen mehr. Er wird in wenigen Zügen matt gesetzt. Und deswegen geht auch dieses ganze Manöver mit A7, A6, ist einfach zu langsam. Und vielleicht, der Computer zeigt hier an, noch H7. Ähm, wie noch in der Variantenszene? Jawohl. Vielleicht noch der Zug H7, H6. Auf den kommt man so als Mensch natürlich auch nicht. Den Bauern hier einfach einzustellen. Und, aber die Idee ist, wenn ich den schlage, dass jetzt Springer E5 kommt, mit der Idee hier tempomäßig mit Schlagen auf F3 und damit die weiße Struktur zu zerstören und nebenbei natürlich den Verteidiger von G5 noch abzulenken. Und wenn ich jetzt hier schlagen muss, dann kommt eben das Zwischenschach. Und dann kommt die Dame und dann steht Schwarz ganz in Ordnung. Also vielleicht, vielleicht ist H6 noch eine rettende Idee. Ähm, in der Partie folgte Läufer G5, der menschliche Zug. Und weiß schlägt natürlich mit dem Springer zurück und droht jetzt hier auf H7 matt. Jetzt hat Schwarz im Grunde, naja, drei Möglichkeiten. Er kann H5 spielen, was man eher vermeiden möchte. Er hat noch die zwei Möglichkeiten, mit dem Springer den H7 zu decken. Und, ähm, Springer F8 wurde hier in der Partie gespielt, er wies sich so ein bisschen als unglücklich. Wir gucken mal die Varianten nach Springer F6 an. Denn hier spielt weiß den Zug F2, F4. Die Idee ist mit F4, F5 hier, ja, ziemlich straight angreifen. Und das, das gefällt mir so in dieser Stellung. Man hat einen klaren Plan, es geht direkt straight nach vorne. So habe ich in der Jugend gerne gespielt. Wir schauen uns mal einfach nur ein paar Varianten an. Wenn zum Beispiel König G7 kommt, um den hier zu denken. F5. Ähm, König G7 war auch noch dafür da, jetzt H6 zu spielen. Und zu sagen, hier, Springer, geh du doch mal zurück. Ja, damit ich hier abschließen kann. Der Springer denkt aber überhaupt nicht dran. Hier wird geopfert, natürlich, ja. Königs Flügel zerstört. Zwei Bauern für die Figur gewonnen. Und der König ist natürlich hier super, super offen. Es drohen hier solche Geschichten. Den kann Schwarz natürlich noch mit G5 versuchen, die F-Linie geschlossen zu halten. Aber wir sehen, dass die weißen Figuren super harmonisch miteinander spielen, ne? Und zum Beispiel auf das Schlagen. Da man B2 deckt, deckt den F6 noch. Aber diese beiden Figuren spielen nicht mit. Und dadurch ist die Grundreihe auch ungedeckt. Und wir können hier den fantastischen Hammer Läufer B5 spielen. Die Idee ist Läufer E8, damit wir hier Dame F7 drohen können. Und ja, der Springer kann halt nicht schlagen. Und wenn der Läufer geschlagen wird, dann hängt eben dieser Springer hier auf F6. Und dann kommt der andere Turm noch nach E7 rein. Und dann wird es natürlich auch recht schnell matt. Also wir sehen, wir haben schon mal so einen Eindruck gewonnen. Wir könnten jetzt noch viele Varianten gucken. Aber wir haben schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck davon gewonnen, und wie weiß sich so einen Angriff vorstellt. In der Partie folgte Springer F8. Und gut, jetzt ist der H7 gedeckt. Beiß sagt sich, ich spiele mit allen Figuren. Natürlich nehme ich den A-Turm. Erstens, weil der noch nicht gespielt hat. Und wir haben ja gesehen, dass dieser Turm hier potenziell auf der F-Linie, wenn Schwarz hier nicht auf E1 tauscht und so, auch noch möglich sein könnte. Meistens aber tauscht Schwarz in den Varianten, damit die Dame nicht abgelenkt wird. Weiß schlägt zurück, hat die Linie. Schwarz versucht, seine Figuren zu entwickeln. Grundreihe frei zu machen. Aber ist schon ziemlich spät, denn Weiß ist mittendrin statt nur dabei. Dame F4 greift den F7 an. Das ist jetzt so eine typische Stellung. Wir sind mit der Initiative dran. Wir haben den Druck. Und wir dürfen natürlich jetzt auch nicht nachlassen. Wir dürfen jetzt nicht irgendwelche langsamen Züge machen, wie A3 oder König H1 oder irgendwie so ein Quatsch. Jetzt geht es um den König, um Angriff. Keine Frage. Wie soll Schwarz den denn denken? Mit der Dame geht es schon mal nicht. Bleibt im Grunde nur entweder der F5, was in der Partie kam, oder den Zug Läufer E8 zu spielen, um den F7 zu decken. Aber dann kommt eben der Springer nach E4. Und jetzt sehen wir, der D6 ist weg. Es droht Springer F6 mit Figurengewinn sogar auf E8. Ja, weil die Dame den nicht gedeckt hält und so. Und mindestens mal einen Bauern weg, plus den Angriff gegen den E8, der kaum zu decken ist und nicht wegziehen kann, weil der F7 auch noch hängt. Die schwarze Stellung bricht hier komplett auseinander. Und deswegen kam hier F7, F5. Okay. Macht natürlich auch dieses Feld hier so ein bisschen schwach. Und der König allgemein auf dieser Diagonale. Die siebte Reihe geht auf. Der König wird immer unsicherer. Jeder Bauernzug entblößt ja den König. Also rein mit dem Springer. Wir konnten natürlich jetzt sowieso nicht auf D6 schlagen, weil dann der D5 hier gehangen hätte. Und der Dame. So wurde es einzeichnet. Deswegen Springer rein. Wunderbar. Und Springer schlägt E6. Diesen Springer kann man ja auch echt schwierig stehen lassen. Bauer schlägt zurück. Tempo. Und Dame E7. Versucht hier diese Fesslung auszunutzen und diesem Bauern E6 zu gewinnen. Wir schauen nochmal eben eine kleine Variante hier. Und zwar, wenn Schwarz hier an der Stelle Dame E7 gespielt hätte, hätte Weiß noch einen Zug aufbringen müssen, um den Turm E1 zu decken. Zum Beispiel mit Turm E3. Und jetzt auf Springer E6. Natürlich schlage ich den jetzt nicht. Wegen Läufer C4. Und dann ist die Dame wieder ihrerseits gefesselt. Aber jetzt nach Läufer C4 spiele ich halt Dame D4. Ich habe eine super zentralisierte Dame. Wenn ich mal so eine gute Maus hätte, wie die Dame hier steht. Die in alle Richtungen guckt. Der Turm deckt diesen Gedenken freibauen. Ich kann hier immer noch versuchen mit H4, H5, weiteren Hebel und so weiter. Weiß steht hier deutlich, deutlich besser. Noch nicht auf Gewinn. Aber sehr, sehr ordentlich. In unserer Partie folgt er ja nach Springer E6 und jetzt Dame E7. Und jetzt hat Weiß noch eine zusätzliche Möglichkeit. Er kann natürlich mit Turm E3 spielen und wieder in dieser Variante überleiten. Aber er kann hier eben auch jetzt den Zusatzzug machen und den hätte Weiß in der anderen Variante nicht gehabt. Den bockstarken Läufer schlägt F5. Und das ist natürlich eine Variante, die man jetzt wieder konkret berechnen muss. Was passiert denn, wenn er den geschlagen hat? Oder wenn er den schlägt? Und der kam natürlich auch. Die Idee ist, Dame C3 Schach. Grundsätzlich erste Idee ist immer, wenn die Dame zwischenzieht, wird die Dame getauscht und der D7 fällt vom Brett und Weiß steht natürlich deutlich besser. Also geht der König weg. Aber jetzt kommt Dame C3 und jetzt haben wir mit Tempo die Dame auf die dritte Reihe bekommen. Wir wollen nach H8 gehen, Schach geben und jetzt hängt natürlich auch dann vielleicht wirklich mal irgendwann der D7. Auf H8 wäre sogar matt. Und das muss schwarze H irgendwie abwehren. König G8 quasi einziger Zug, wenn er den Damentausch nicht machen will. Jetzt könnten wir die Züge wiederholen, wenn wir das wollten. Aber in so einer Stellung muss man das ja nicht. Der zweite Vorteil von Dame C3 ist nämlich noch, dass der Turm geleckt ist. Wir könnten also hier auf D7 schlagen. Und so hat Kalifmann gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Und das ist ein zweiter Punkt, der mich immer wieder fasziniert beim Schach. Wir hatten natürlich einen schönen Angriff. Wir hatten ein risikoloses und den Versuch auf Mattangriff und so weiter. Aber nicht jeder Mattangriff muss mit Matt enden. Viele, viele enden mit Material gewinnen. Okay. Aber selbst wenn nicht Material gewinnen, so wie in dem Fall, so ist die Stellung trotzdem unfassbar gut. Hier sind mindestens drei Bauernschwächen. Also sagen wir mal, sagen wir mal mindestens zwei praktische Bauernschwächen im schwarzen Lager. Der König ist sperrangelweit offen. Und selbst wenn es nur zwei Figuren sind, durch so einen Turmschwenk, das geht ja auch wie Brezelbacken, ist der Turm dabei. Und der König ist natürlich sofort in Gefahr. Und wenn Schwarz versucht, mit F5, F4, so wie es in der Partie kam, das Schach abzuwehren, naja, dann kommt halt der Schach. Dame F7 muss natürlich kommen, um den Bauern hier gleich zu halten. Und jetzt können wir sogar die Dame tauschen. Wie gesagt, vorteilhafte Endspiele ist oftmals das Minimum, was wir in solchen Endspielen bekommen. Und wir müssen uns ja nicht vor Endspielen fürchten. Zumal wir mit Turm E4 einen Bauern gewinnen. Wir haben also ein extrem vorteilhaftes Turmendspiel. Zusätzlich jetzt noch zwei Schwächen, weitere, von Schwarz schon. Das heißt, unsere Bauernstruktur ist der Schwarzen völlig überlegen. Plus Bauer mehr. Ja, kann man doch mal spielen. Und da liebt man halt natürlich auch die Technik, das nach Hause zu bringen. Und das schauen wir uns mal eben an. Denn das wäre natürlich jetzt eine eigene Rubrik, wie man solche Gewinnstellungen verwertet. Zunächst einmal können wir uns merken, Gegenspiel verhindern. Das kennen wir, das Prinzip. Die Turm wollte auf die zweite Reihe. Und das haben wir verhindert. Natürlich kann er selber jetzt einen Turm Schach geben. Aber dann geht der König halt raus. Dafür haben wir ein Luftloch. Dann wird ja eben entsprechend hierüber aktiv. Überhaupt kein Problem. kommt der König nach D4. Und jetzt müssen wir einmal aufpassen, denn der König möchte nach D3. Und dann wäre der Turm hier vielleicht von der, von der zweiten Reihe nicht mehr, der müsste weggehen. Ja, und das würde Einbruchsfelder ermöglichen. Und deswegen geben wir hier ein Schach. Und jetzt sehen wir, diese beiden Bauern haben schon den König am, am, äh, fortschreiten gehindert. Der Turm dieses Feld. Das heißt, der König muss zurück. So, und jetzt können wir natürlich ganz in Ruhe unseren König dabei holen. Ah, zack, wunderbar. Ja, keine Gefahr mehr. Der Bauer ist auch blockiert. Jetzt könnte man sagen, oh, ein Freibauer. Aber der ist ja völlig blockiert und geht gar nicht vorwärts. Und, äh, jetzt schauen wir mal. Zweite Merkregel auch in solchen Endspielen. Wir haben natürlich hier diese, diese Drei-gegen-eins-Mehrheit. Ja, wir müssen uns jetzt nicht zwingend darauf versteifen, versuchen, diesen Bauern zu gewinnen. Sondern, wir setzen unsere, unsere Bauernmehrheit in Schwung, also in, in Bewegung sozusagen. Haben hier noch mit G4 und F5 und so weiter und können dann vor allem den Turm hinter den Bauern stellen. Ja, dass der hinter den Bauern wirkt und den unterstützt. Und wir wissen ja, Türme gehören hinter den Freibauern. Und, ja, Schwarz kann einfach nichts machen. Wenn er den angreift, geht er halt gedeckt. Ja, und jetzt geht's nach vorne. F5. Oh, ist der Bauer weg? Natürlich überhaupt nicht, ja. Erstens, wir haben einen Bauernmehr. Selbst wenn Schwarz jetzt diesen Bauern hier gewinnt, würde es zum Turmtausch kommen. Dann würde der D4 wieder fallen. Hätten wir wieder einen Mehrbauern im Bauern-Endspiel. Das heißt, wir können dann hier sogar noch unseren entfernten Mehrbauern dafür nutzen, den König, den gegnerischen König noch weiter abzulenken und in der Zeit sind wir dann natürlich hier, können uns hier im Selbstbedienungsladen durchfressen und mit einem der Bauern dann durchlaufen. Das heißt, Schwarz kann hier nie diese Turm-Endspiele abwickeln in den Bauern-Endspielen. Er kann diesen Bauern nicht schlagen. Aber wenn er den nicht schlägt, dann geht der Bauer immer weiter vor. Und jetzt steht der Bauer auf der sechsten respektive gleich auf der siebten Reihe und das macht diesen Turm super passiv. Das heißt, er kann den Turm gar nicht mehr bewegen. Und das ist natürlich in Turmentspielen ganz, ganz mies. Zumal der weiße Turm ja auch noch mit Schach den König zurückdrängen kann und dann den D4 erobern kann und so weiter und so fort. Und wenn man Material weniger hat und eine Stellung weniger hat, dann hat Maslack das Richtige gemacht. Er hat hier in dieser Stellung aufgegeben. Also wir haben unglaublich viel gelernt, hoffe ich ja, also ich zumindest, von Herangehensweise in dieser Eröffnung, dass dieses C5-C4 so ein bisschen ein bisschen Blendwerk ist von Schwarz. Und ich hoffe, es wird mir demnächst mal wieder über den Weg laufen. So, noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissenbild, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.